Hallo, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Heute geht es nach Oxford und von dort aus weiter Richtung Westen in die Ortschaft Bath. Viel Spaß beim Zuschauen. In Oxford haben wir uns für einen Campingplatz entschieden vom Camping & Caravan Club. Das Personal hier ist total freundlich, sehr hilfsbereit und ich bin das erste Mal seit vielen Jahren, wo ich mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs bin, persönlich mit einem Einweiser bis zum Stellplatz geführt worden. Auch das Ausrichten vom Wohnmobil hat der Einweiser übernommen und wir haben ohne Keile perfekt in der Waage gestanden. Die zwei Daumen zeigen es. Oxford, eines der ältesten Universitätsstädte Englands. Auch in Oxford sind wir auf den Spuren von Harry Potter gewandelt. Dieses alte Universitätsgebäude diente teilweise als Vorlage vor allen Dingen innen für einige Einstellungen in den Filmen. Oxford bietet eine wunderbare Mischung von modernen und alten Gebäuden innerhalb einer Stadt. Dida Unvertroent wird eine sizlere Musik durchgeführt. Und überall trifft man auf unterschiedliche Universitätsgebäude, die teilweise im mittelalterlichen Stil heute auch für moderne Wissenschaft genutzt werden. Und weiter geht unser Trip westwärts, unser nächster Stopp ist Bath. Nachdem uns der erste Stellplatz, den wir im Netz gefunden haben, nicht so wirklich zusagt, haben wir den Alternativplatz angefahren, der direkt am River Avon liegt. Dieses Mal haben wir uns mit den Rädern auf dem Weg gemacht, die Stadt zu erkunden. Der Weg vom Campingplatz zur City führt uns unmittelbar am Fluss Avon entlang und ist wunderbar mit den Fahrrädern zu fahren. Musik 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 Die Stadt Bath war schon zur Römerzeit ein bekannter und beliebter Badekur und verfügt auch heute noch über Spuren aus dieser Zeit. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Auch die Stadt Bar hat einen bleibenden positiven Eindruck bei uns hinterlassen. Zum Abschluss auch hier noch ein paar Impressionen vom Campingplatz. Und schon neigt sich auch dieses Video wieder dem Ende zu. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben dalasst und noch besser wäre natürlich ein Abo. Freut euch auf den nächsten Teil in einer Woche, wo wir von Bar weiter zur Atlantikküste fahren. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.